Ich glaub, mein Mann hat in die Hose geschisse. Wie kommen sie denn da rauf? Ich gucke sie doch mal, die ohne Hose, oh. Ja, da hat sich ihr Mann nicht richtig den Hintern abgeputzt. Das sind Streifschüsse. Streifschiss? Kann das am Waschmittel lichen? Wir benutzen nämlich immer das Ariel, das mit der Clementine. Nein, nein, daran liegt es bestimmt nicht. Oder an der Waschmaschine. Wir haben doch immer noch das Alting von der Oma. Nein, ganz sicher liegt es auch nicht an der Waschmaschine. Was ist es dann sonst? Ich sagte doch schon, ihr Mann muss sich richtig den Hintern abwischen. Was für ein Toilettenpapier benutzen sie denn? Wir nehmen das Alte aus der Ostzone. Das ist immer am billigsten. Ach, du liebe Güte. Na, kein Wunder. Da können sie sich ja auch gleich mit der Bildzeit in den Hintern fischen. Entschuldigung. Na, das geht nicht. Haben sie denn, haben sie denn nicht den Arsch-Test gemacht? Was denn, fairen Arsch-Test? Na, da finden sie heraus, welches dolle Papier ihrem Hintern am besten passt. Ich stecke mir das Klopapier doch nicht in die Hintern. Das verlangt ja auch keiner. Nur muss das Papier dem jeweiligen Hintern angepasst sein. Dann wüscht es sich besser. Also, mein Mann muss sich halt besser den Arsch abputzen. Das kommt aber nett in Frage. Jetzt mit das Klopapier aus der Ostzone jetzt fortschmeißen. Wann es alles, dann meinst Wege. Machen wir den Arsch-Test. Na dann viel Erfolg. Das ist jetzt aus. Okay. Endlich. Gar nicht mehr.